In der Ausgabe 3 2011 des Acoustic Player erwartet euch einen Workshop Jazz, in dem ihr dreistimmige Basisakkorde für die wichtigsten Akkordcharaktere lernt, außerdem den Swing-Croove, den ihr im Gitarren-Duo, in der kleinen Jazz-Kombo oder in der Big Band nutzen könnt. Zum Abschluss dieser Jazz-Lektion gibt es noch einen Jazz-Standard im Stil von Duke Ellington, den ihr mit mir zusammen durchspielen könnt. Dazu gibt es auch einen Jam-Track. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Jazz-Lektion des Acoustic Player 3 2011. Als kleiner Vorgeschmack könnt ihr hier schon mal kurz in den Jam-Track reinhören. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.